Hier ist Markus Becker und die bunte Kuh! Das geht aber keine Kuh raus! Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Buh? Und wenn du an die Hörner fasst, mach sie die Augen zu! Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Buh? Denn wenn sie nicht gemerkt wird, dann gibt sie keine Ruh! La, 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 la... Sie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Buh! Und wenn du an die Hörner fasst, mach sie die Augen zu! Wie macht die bunte Kuh, die bunte Kuh macht Buh? Denn wenn Sie nicht kommen, können Sie dann gehen. La-la-la-la-la-la-la-la